Da ist er, ja. Mein kleiner Goldesel. Na los, nun mach schon I.A. für mich, du Esel. I.A. Na? Nein, wir haben die Verhandlung wieder aufgenommen. Und meine Leute überlegen sich, wie das mit deinem Tod jetzt aussehen soll. Also, hast du jetzt endlich Angst, Nathan Scott? Falls nicht, solltest du aber.